Restaurant No. 5, New York, 20.01. Mit klopfendem Herzen trat Emma an den Empfang des Restaurants. Sie wurde von einer hübschen jungen Frau mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Guten Abend, ich bin mit Matthew Shapiro verabredet, er hat einen Tisch für uns reserviert. Ach, Matthew ist in New York, rief die Frau, das ist ja eine gute Neuigkeit. Sie sah in ihr Reservierungsbuch, doch offensichtlich tauchte Matthews Name nicht auf. Er hat sich an meinen Mann Vittorio direkt auf dem Handy angerufen und dieser Traumtänzer hat vergessen, es mir zu sagen, aber das macht nichts. Ich habe einen schönen Platz im Zwischengeschoss für sie, versprach sie und kam hinter der Theke hervor. Emma bemerkte, dass sie schwanger war, hochschwanger. Soll ich Ihnen den Mantel abnehmen? Ich behalte ihn bei mir. Er ist traumhaft. Angesichts des Preises, den ich bezahlt habe, bin ich froh, dass er Aufsehen erregt. Die beiden Frauen lächelten sich an. Ich heiße Conny, sehr erfreut, ich bin Emma. Kommen Sie mit. Sie stiegen die Holztreppe zum Zwischengeschoss mit der Gewölbedecke hinauf. Die Chefin führte ihren Gast zu einem Tisch am Geländer, von dem aus man das Restaurant überblickte. Darf ich Sie zu einem Aperitif einladen? Was halten Sie bei dieser Kälte von einem Glühwein? Ich warte lieber auf Matthew. Gut, meinte Conny, reichte ihr die Karte und verschwand. Emma sah sich um. In dem Restaurant herrschte eine angenehme Atmosphäre. Eine kleine Notiz auf der Karte erklärte, das Lokal trage seinen Namen zu Ehren von Jody Maggio. Als er für die Yankees gespielt hatte, hatte der legendäre Baseballspieler ein Trikot mit der Nummer 5 getragen. Ein Foto an der Ziegelwand, das den Champion und Marilyn Monroe zeigte, ließ vermuten, dass die beiden in diesem Restaurant gegessen hatten. Das war zwar schwer zu glauben, aber eine hübsche Vorstellung. Emma sah auf ihre Uhr. 20.04. Restaurant No. 5, New York, 20.04. Matthew, was für eine Überraschung, rief Vittorio, als er seinen Freund das Restaurant betreten sah. Vittorio, ich freue mich. Die beiden Männer umarmten einander. Warum hast du nicht Bescheid gesagt, dass du kommst? Ich habe heute Morgen Conny angerufen. Ist sie nicht da? Nein, sie ist zu Hause geblieben. Paul hat momentan eine Mittelohrentzündung nach der anderen. Wie alt ist er jetzt? Nächsten Monat feiern wir seinen ersten Geburtstag. Der Wirt sah in das Reservierungsbuch. Wie ich sehe, hast du Conny um unseren Tisch für Verliebte gebeten. Na, ich hoffe, dein Gast ist hübsch. Nun, übertreib mal nicht, erwiderte Matthew verlegen. Ist sie noch nicht da? Nein, der Tisch ist leer. Komm, ich bring dich hin. Kann ich dich zu einem Aperitif einladen? Nein, danke, ich warte auf Emma. Restaurant No. 5, New York, 20.16. Matthew Shapiro. Ihre Eltern haben Ihnen offenbar nicht beigebracht, dass Pünktlichkeit das oberste Gebot der Höflichkeit ist, dachte Emma vorwurfsvoll nach einem Blick auf ihre Uhr. Vom Zwischengeschoss aus konnte sie die Eingangstür des Restaurants sehen. Jedes Mal, wenn diese sich öffnete, hoffte sie Matthew zu erkennen. Und jedes Mal wurde sie enttäuscht. Sie sah aus dem Fenster. Es hatte angefangen zu schneien. Einige flauschige, silbrige Flocken wirbelten im Schein der Straßenlaternen. Sie seufzte leise und zog ihr Smartphone heraus, um zu sehen, ob sie eine Nachricht bekommen hatte. Nichts. Sie zögerte kurz und beschloss dann, Matthew zu schreiben. Ein paar lockere Sätze, die ihre Ungeduld kaschierten. Lieber Matthew, ich sitze im Number 5. Ich warte drinnen auf Sie. Pizza mit Artischocken, Parmesan und Rucola. Das klingt himmlisch. Kommen Sie schnell, ich habe Hunger. Emma. Restaurant Number 5, New York, 20.29 Uhr. Na, deine Prinzessin lässt aber auf sich warten, meinte Vittorio, der zu seinem Freund ins Zwischengeschoss kam. Kann man wohl sagen, stimmte Matthew zu. Willst du sie nicht anrufen? Wir haben unsere Nummern nicht ausgetauscht. Mach dir keine Gedanken, du weißt ja, dass wir in New Yorker eine dehnbare Auffassung von Pünktlichkeit haben. Matthew lächelte nervös. Da er Emma nicht anrufen konnte, schickte er ihr eine Nachricht. Liebe Emma, mein Freund Vittorio möchte unbedingt, dass Sie seinen Wein aus der Toskana probieren, einen Sangiovese von einem kleinen Winzer aus Siena. Er ist nicht zu schlagen, wenn es um italienische Weine geht, die er für die Besten der Welt hält. Kommen Sie schnell, um ihn eines Besseren zu belehren. Matt.